Freunde, 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 Freunde Ja, ihr seht schon, rechts oben Muss los Ja, ihr seht richtig, ich hab den Job verpasst Mann, 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 das triggert mich jetzt ein bisschen Das triggert mich jetzt ein bisschen, aber Hey, nichtsdestotrotz werden wir uns das Ganze anschauen Ihr seht rechts oben, gibt schon einen kleinen Spoiler Aber hey, Freunde Lehnt euch zurück, macht euch keinen Stress Wir werden uns trotzdem alles jetzt gut anschauen Und ich werde euch auch wie letztes Mal Anständig die Sachen jetzt hier beschreiben Wie ich schon sagte, viele haben sich gewünscht, dass ich das ausführlicher erkläre Und das habe ich jetzt vor By the way, checkt gerne meinen Partner Instant Gaming aus Von dem Link unten in der Videobeschreibung Supportet mich, klickt den Link an Ihr könnt euch auch dort Exklusivskins oder so für Fortnite kaufen Viele andere Gamekeys Manche Spiele sind dort enorm günstig Also schaut da gerne vorbei Und supportet mich an, wenn ihr den Link anklickt Freunde, würde das mir weiterhelfen Was auch immer Gehen wir jetzt hierher, Freunde Und schauen uns doch mal den Shop an Okay, 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 okay Entspannt Also, wie ich schon vorhin geteasert habe Rechts oben war da so ein Skin Und der scheint halt wohl hier wieder drin zu sein Den werden wir uns jetzt gleich noch Natürlich nochmal genauer anschauen Aber davor fangen wir natürlich wie immer auf der rechten Seite an Und arbeiten uns dann auf die linke Seite Auf der rechten Seite haben wir auf jeden Fall schon ein paar interessante Sachen By the way, die ganzen Ostersachen sind auch heute dann schon weggegangen Das bedeutet für uns, dass wir da uns erstmal keine Gedanken darüber machen müssen Fangen wir hier mit dem ersten Emote an Papierdrache sieht auf jeden Fall hier mit dem Deadpool Mir ist gerade der Name nicht eingefallen Mit dem Deadpool Skin sieht es auf jeden Fall unnormal cool aus Feiere ich einfach, ist auf jeden Fall ein cooler Emote Real Talk, war zuletzt vor allen 20 Tagen drin gewesen Dreimal insgesamt im Shop Dann gehen wir weiter zur Markimeisterin Einer meiner Lieblingsskins Aktuell ist es, ehrlich gesagt, Deadpool Feiere ich einfach Die nette Dame hat auch einen neuen Stil erhalten Hier dieser schwarze Look Aber ich finde den weißen Look ein bisschen besser Weiß, pink, blau Passt einfach zusammen Schwarz muss jetzt nicht sein Bei der mache ich auch gerne das Rückenaccessoire von der männlichen Version von ihr drauf Beziehungsweise den Sushi Master Er hat nämlich so ein cooles Sushi-Rückenaccessoire Das packe ich dann drauf Meiner Meinung nach ist es dann eine richtig geile Kombination Dann haben wir hier die beschlagene Hacke für 800 V-Bucks War zuletzt vor 21 Tagen drin gewesen 24 mal insgesamt By the way, ich weiß gar nicht, ob ich bei der Markimeisterin gesagt habe Wie lange die drin war Zuletzt vor 55 Tagen und 13 mal insgesamt im Shop Okay, nur by the way Die finde ich ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr geil Ich glaube, die wurde mir auch damals geschenkt Ich persönlich, ja, keine Ahnung Feiere die jetzt irgendwie nicht so Hat nichts Besonderes an sich, meiner Meinung nach Nur so eine, keine Ahnung So eine Kette oder so Eine Lasche Ein Gürtel mit Diamanten besetzt Ja, weiß nicht Feiere ich einfach nicht Fühle ich auch nicht, Freunde Dann haben wir hier Hirnüberladung War zuletzt vor einem Monat drin gewesen 7 mal insgesamt im Shop Ist eigentlich ganz nice der Emote Aber auch nichts Besonderes dann in dem Fall Dann gehen wir weiter zu Bridie Bridie ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Skin Mir persönlich gefällt die nette Dame hier Hat auf jeden Fall was Auch hier dieser Zopf finden Und allein ihr Gesicht Das ist halt sowas Neues, würde ich sagen Ansonsten sehen wir ja immer wieder die gleichen Charakter Das ist halt neuerer Charakter Und der war hier zuletzt vor 40 Tagen drin gewesen 11 mal bereits insgesamt im Shop Passend dazu haben wir natürlich nochmal den Golfschläger Der sich jetzt meiner Meinung nach nicht lohnen würde Aber für 500 V-Bucks eine bisschen extravagantere Spitzsacke Hey, warum nicht? War zuletzt vor 40 Tagen drin gewesen 12 mal insgesamt Dann gehen wir weiter hier auf die linke Seite Hier haben wir nochmal ein paar, ja, entzückende Sachen, würde ich sagen Und da fangen wir am besten direkt in der Mitte an Hier haben wir einmal die Farbenbomberin Plus den Farbenkanon hier Und alles was dazu gehört von dem Set War zuletzt vor 33 Tagen drin gewesen Die Farbenbomberin allerdings War über 52 mal im Shop Ob ihr es glaubt oder nicht Die männliche Version war 18 mal im Shop Aber trotzdem 52 mal War dieser Skin im Shop Ein richtiger Oldschooler Aus der Season 1 Ein richtig, richtig nicer Skin meiner Meinung nach Dann holt man sich hier den Farbenkanon hier Ballert das Rückenaccessoire auf die weibliche Version drauf Mega nice Feier ich unnormal Spitzsacke brauchen wir gar nicht darüber zu reden Leuchtendes Einhorn Wenn ihr ein, zwei Kills gemacht habt Richtig nice Sache Farbenballon Auch richtig cooler Gleiter Feier ich einfach Also das gesamte Paket ist mega nice Dann gehen wir hier rüber Hier haben wir die Panda-Beauftragte Wukong Und natürlich seine Spitzsacke Wukong an sich Und die Spitzsacke waren 24 mal im Shop gewesen Und zuletzt vor einem Monat drin gewesen Die Panda-Beauftragte, Freunde War auch 11 mal im Shop Und zuletzt vor 31 Tagen im Shop Hat nicht so ein nicees Rückenaccessoire Und die Optik von ihr finde ich irgendwie Ein bisschen überflüssig 2000 V-Bucks Dass ich dafür so viel bezahlt habe Unfassbar Weil im Grunde Ist es eigentlich Der Teddybär-Skin Nur als Panda Also Das war nicht viel Arbeit Hier raus zu hauen Dann haben wir heute neu Den Mithörer Er sieht auf jeden Fall Äußerst interessant aus Nur das Einzige Was mir schon direkt am Anfang aufgefallen ist Ich weiß nicht Also die Hose Was soll denn das Das sieht so aus Als ob der Leggings auf hat What the fuck Also angezogen hat Naja Die Schuhe sind nice Aber Sieht ein bisschen aus wie Leggings Deswegen werde ich mal Das Ganze nicht holen Hier haben wir Ein ganz okay Rückenaccessoire Skyler ist vorne Dieses Headset Mit dem Snapback dran Diese coole Brille Sein Bart Sieht auf jeden Fall echt nice aus Aber die Hose Triggert mich einfach ein bisschen Und hat hier so eine Bauchtasche Oder eine Gürteltasche Digga man könnte denken Das sind so diese alten Menschen Die da so durch die Innenstadt laufen Mit ihren Bauchtaschen So oder Seitentaschen Naja Nenn's wie ihr wollt Die Spitzacken wiederum Sehen auf jeden Fall Unnormal nice aus Die werde ich mir auch direkt gönnen Ich sag's euch wie es ist Richtig richtig geil Plasmakreis heißen die Und ihr seht Hier sind so Irgendein Hologramm Was da so von links nach rechts geht Feier ich auf jeden Fall Schaut mega nice aus In der Mitte sind dann so Löcher Und hinten ist halt dann so eine Achsartige Form Richtig nice Gefällt mir Gerne auch mein Supporter Creator Code Eingeben Videobeschreibung abchecken Und jetzt Switchen wir in den Ready die Welt Modus Und schauen uns dort dann an Was wir denn so erhalten haben Okay Was haben wir hier im Lama Shop Im Lama Shop Witzerspferden Waffen Lama Was sich nicht lohnt Sag ich euch schon mal jetzt Lasst ihr lieber die Finger davon Hier ist weiterhin alles gleich geblieben Und das meine Freunde So was mit dem Video gewesen sein wird Ich hoffe ihr dann lasst mir gerne mal Einen Daumen Dafür geschehen Ich werde nochmal raus Hau dran Geht mir vor Euer Fraps Ciao